ja hallo herzlich willkommen hier auf der nordfriesischen marsch mit mir den stevie so mit unserem neuen tank der auch flüssigkeiten transportieren kann nicht nur weizen gerste und raps das kann er nämlich nicht sondern nur flüssigkeit so so ich habe den jetzt geschickt den fischer 1 mit diesel zu versorgen weil die werkstatt 2 ist ja die werkstatt die wir eigentlich wegnehmen wollen frage mich nur wo wir die inbauen sollen produktion werkstatt müsste hier drunter sein ganz hinten einer der letzten schätze ich mal hier das dürfte sie sein so wo platzieren wir die hin ich hätte hier vorne ein plätzchen vielleicht wir können die hier mit ja gut wenn wir dann die container dass die rückseite also andersrum so rum wenn könnten wir sie hier mit auf den platz stellen das wäre eine möglichkeit ich glaube dass da geht es einen tick hoch das wollen wir natürlich nicht ach da ist die höhe abwasser wir könnten sie hier vorne hin platzieren wohin noch daher auf dem haupthof ist eigentlich kein platz wir können sie hier drüben noch hin tun vielleicht hier hin vielleicht wo auch die produktion ist wenn wir den zaun einfach ein die anderen sind alles umzäunt und zum pferdeplatz da hat es jetzt keinen sinn was ist denn hier haben wir hier bei der großen bga noch luft da kommen ja die silos hin aber es sieht auch ziemlich voll aus dass hier auch keine möglichkeit besteht jetzt gehen wir richtung zentrallager hier könnten wir sie noch hinpacken vielleicht auch so rum dann kommen wir da nicht an dem tank dran und nicht so toll wir sind so links eigentlich hatte ich ja gedacht vielleicht dass wir da noch andere erdfrüchte hierhin platzieren als lager hier vorne einfach hin zu ballern ne ist auch nicht so toll wie sieht es denn hier vorne aus da haben wir noch ein plätzchen luft da könnten wir sie hinstellen quasi hier drehen lassen oder hier an der seite einfach hin ein bisschen von der straße weg das wäre auch noch eine möglichkeit hier ist alles voll ja hier soll die brennerei hin da ist er ich glaube die packen wir hier vorne hin so oft müssen wir ja da nicht hin können wir hier einen weg drum rum machen wir können die direkt hier anschließen entweder machen wir da nochmal einen weg hin oder wir fahren von der musterei dann hier rüber so was für ein boden ist das irgendwie ein heller nochmal ein bisschen größer ja ja Vielen Dank. So, das ist sauber. Dann können wir entweder hier nochmal den Weg geradeaus machen. Nein, nicht größer, aber intensiver. Nein, nicht größer. Nein, nicht größer. So, den Busch da noch weg. Der geht aber nicht weg, okay. Dann müssen wir den vielleicht malen. Hier vorne dran. So, jetzt haben wir eine zweite Anbindung. Da hat jemand die Arbeit beendet, das ist der Auffeld 58. Dann kann der doch weiter zu 57. Du hast ja noch die Hälfte drin, der ist aber auch schon fast fertig mit dem Feld und hat noch 56%. Alle Wasserumfahren, oder fast alle. Dann können wir hier noch was rein. Und jede Menge. Strohkompost, da müssen wir gucken, ob wir vielleicht, wir haben ja noch so ein Lager beim Heizkraftwerk. Ich hoffe, da mal was rausnehmen und rüberfahren. Dann fahren wir mal hier oben rüber. So. 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 Hah publisher. form. Come on. Right out. So. Also erster Wegpunkt. Und er ist so gut wie durch. Noch nicht ganz. Die eine Bahn muss er noch. Flaschenbier, Weizen. Spa Aldi. Können wir vielleicht auch mal schauen. Was kann denn verkauft werden zur Zeit? Flaschenbier. Wir hätten 300.000. Quark könnten wir. Auch beides bei Aldi. Zement. Die drei Sachen. Könnten wir theoretisch verkaufen. Dann wäre unsere Kasse wieder mehr als gefüllt. So. Achso. Du hast nur 5 Fahrten drauf gehabt. Okay. Aber hier ist doch noch nicht voll, oder? Ähm. Wasser. Ne. Gerade mal 200.000 von 500. Mach ruhig weiter. Ach, der ist auf 57.000. Ja, der macht so einen Bogen. Weil die eine Ecke und jetzt muss er nach hier ganz drüben. Und dann nun weiter zu machen. Dann haben wir mit Unkraut alles soweit abgedeckt. Und wir können noch mal schauen. Hier müsste weggehen. Ja. Da ist auch fast weg. Wir sind jetzt hier zu Gange. Und somit wäre alles mit Unkraut befreit. Wir haben tatsächlich noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Felder. Ohne die Wiesen. Da sind noch ein bisschen ein paar mehr. Die uns nicht gehören. Aber gut, da kriegen wir auch kaum noch Missionen. Außer dann eben die Ballenpress-Mission. Welt 8 ist jetzt Möbel. 144.000 für... Möbel, Möbel, Möbel. Möbel sind das die Möbel, die wir auf Lager haben. 144.000. Lass uns mal schauen. Da waren Möbeln hier. Die könnten wir sogar erfüllen. Tischlerei sind 100... Ups. Oh ja, er muss jetzt einmal... Sollte aber jetzt auch sofort wieder weiterfahren. Ja. Da kam er nicht weit genug zurück. Um da neu anzusetzen, ist der andere am Fahren. Ja, der andere hat jetzt die eine Bahn auch fertig. So, Feierabend. Dann würde ich sagen... Flüssigdünger nicht. Ähm... Pflanzenschutzproduktion. Und dann zur Werkstatt am Haupthof. Oh, hier ist aber Wasser gleich wohl noch eine Fahrt vielleicht. Und dann ist voll. Wo ist denn der andere Lkw? Den kam ich nämlich nicht auf den Plan, weil wir den nicht wieder entsperrt hatten. Ähm... Der sollte aber am Fischer 1 noch nicht angekommen sein, weil da Diesel noch... Wir müssen noch ein... Ne, das ist er... Raffinerie... Gibt's da hier sein? Oder... Ne, das ist doch der... Gucken mal... Genau, das ist nämlich er hier. Wir gucken mal hier rein. Äh, Lkw. Sind's da alle untereinander? Ja. Ähm... Ins Fahrzeug ansteigen. Dann weiß ich auch, wo er ist. Warum bist du hier? Hab ich dir gesagt, du sollst Diesel am Bahnhof verkaufen? Nee. Ähm... Hafengebiet, Diesel-Eingang. Da sollst du hin. Jetzt springt er auf. Bahnhof. Was soll das denn? Indem mal raus. Diesel hast du aufgefüllt. Gut. Noch mal alles zu. Hafengebiet, Diesel-Eingang. Warum springst du auf Bahnhof zurück? Das... Moment. Ne. Die springt eben mal auf Bahnhof. Was soll das? Das... Das... Äh... Okay. Wenn ich den anschalte, springt der auf Bahnhof. Egal was ich einstelle. Wenn ich jetzt sage, hier, lade ab beim... Das macht er. Ja gut, dann mach das so. Dann muss ich mal gucken, wo da der Fehler ist. Er ist jetzt hier aber auch gut dabei. Er füllt sich nochmal auf. Das soll er. Oh, er ist schon leer. Ja, dann Schlachterei. Wassereingang, da hin. Gut, er will sich jetzt erstmal auftanken. Mit 2000 Liter braucht er nicht zum Schlachter fahren. So, da ist die Werkstatt. Passt. Nicht zu weit nach hinten gesetzt. Und fahren wir da hinten noch einen kleinen Rundkurs. Eine Drehung und dann wieder raus. Gucken, ob der sich auffüllt. Und ob ich ihm die richtige Stelle zugewiesen habe. Zum auftanken. Zum auftanken. Ach, dann macht er sich schon voll, okay. Aber du bist doch gar nicht angekommen. Mach dich doch voll. Und dann fangen wir dich noch ein Stück vor. So, jetzt bist du voll. Jetzt kannst du zur Werkstatt. Ja, die andere Spritze wäre mit 13.000 Liter, war die ja richtig voll. Aber wir hätten den lieber zum Händler schicken sollen. Weil da stehen ja noch die Fässer. Können wir ihn hier gleich machen. Er ist eh leerer. Damit wir der eine oder das andere Fass auch noch leer kriegen. So, er hat sich auf jeden Fall ausgeleert. Werkstatt 2, das ist die Werkstatt. Mach mal hier andere Einstellung. Das ist die Werkstatt 2, die wollen wir weg haben. Deswegen liefere ich da jetzt auch kein Diesel mehr hin. Wir können aber einmal schon mal Diesel holen. Fischkutter 1, ja gut. Äh, Raffinerie. Das hat ja wenigstens geklappt. Diesel. Und bringen die mal zum Mosterei. Egal wohin. Äh, verkehrt. Äh, Paletten. Jetzt ist er hier nicht auf Bahnhof gesprungen. Ich weiß nicht, was das war. Oh, lass uns schnell verschwinden, damit der, das Fahrzeug da auch von der Straße verschwindet. Hat es geklappt? Ich weiß es nicht. Ja. Er fährt. Fährst aber auch ziemlich schnell, aber der spritzt, glaube ich, gar nicht. Der will zum ersten Wegpunkt. Also muss noch zweimal rum. Jetzt scheint er einmal wieder zu spritzen, aber ich glaube, so gut wie hier sieht man, ja, nur noch hier die, die Seite sind zwei, drei Meter. Wo dann hier noch spritzen muss er, also ein bisschen mehr, vier. Da verbraucht er nun natürlich nicht so viel. Da ist gar kein Unkraut drauf, nee. Auf unser Kartoffelfeld. Und ich habe auch gesehen, dass wir viel zu viel Mohn angepflanzt haben. Wir haben ja zwei Felder mit Mohn. Äh, so viel können die, können gar nicht die Kartoffeln, äh, Kartoffeln, die Brötchen gebacken werden, mit Mohnen wir haben. Dann, weil wir haben ja auch nicht die kleinsten Felder genommen. Einmal 8 und einmal 59, glaube ich. Aber gut, dann ist es halt so, dann wird nächste Saison auch kein Mohn angepflanzt. Muss man sich mal ausrechnen, was man pro Produktion an Füllmengen braucht. Dann gerade bei diesen speziellen Geschichten. Wie viel Mohnen muss ich anpflanzen? Reicht der Mohn, den ich vielleicht noch auf Lager habe, für das nächste Jahr? So, jetzt muss er Arbeit, muss er mehr machen. So, der eine ist aber schon mal angekommen. Kann jetzt noch betankt werden. Und dann müssen wir mal gucken. Ich glaube, der große Traktor muss da auch weg, weil sonst kriege ich die zweite Spritze nicht da rein. Die können wir auch nicht voreinander stellen. Können wir schon, aber dann blockieren wir uns hier alles. Gut, wenn wir den Traktor ein bisschen weiter rüber stellen, dann passt es schon, wenn der Tele-Lader da stehen bleibt. Mit Schwung bei dem Kasten vor, und das war's. Oh, der hat noch ein bisschen. Ja, die beiden fahren Wasser. Der ist jetzt auch. Kartoffelfabrik braucht Zwiebelsack. Gemüsefabrik braucht Pilze. Stellt sich die Frage, haben wir die Sachen? Pilze und Zwiebelsack. Dann schauen wir mal. Pilze. Haben wir Zentrallager Obst Gemüse, haben wir zu Genüge zurück. Und jetzt Zwiebelsack. Ja, haben wir beides. Können wir also beliefern, wenn ein LKW mal die Flüssigkeiten sein lässt. Aber der andere ist ja schon fast so weit. Der sollte ja dann zum Mosterei kommen. Den haben wir wahrscheinlich wieder nicht entsperrt. Also klicken wir da auch nicht rein. Aber wir können ihn ja so finden. Fahrzeug einsteigen. Ist gerade beim auffüllen. Was haben wir denn hier mittlerweile an Diesel? Ach, können wir hier auch lesen. Alle Achtung, über 400.000. Ja, bleibt beim Mosterei. Nicht zum Bahnhof. Okay. So, liebe Leute. Das war es schon wieder von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr schaltet morgen wieder ein. Hier auf der Nordfriesischen Marsch. Mit mir, den Stevie. Ciao, ciao.